La ilaha illallah, rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa sallam. Ein Burka-Verbot, der momentan rumgeht und über alles sprechen, die Umfragen, die dafür gemacht werden. Und alhamdulillah, im Endeffekt haben wir ja gesehen, dass die Umfrage, die gemacht worden ist von NTV und anderen, dass die gezeigt hat, dass die meisten dafür sind, dass das nicht verboten werden soll. Im Endeffekt für mich ist das Ganze sinnlos, dass die Leute das verbieten wollen. Ich meine, die Gesellschaft musste ja selber überlegen, ob die Rettung Deutschlands oder die Rettung der Gesellschaft darin liegt, dass man vielleicht eine Frau verbietet, ihr Gesicht zu bedecken oder sich zu verschleiern. Das ist die Frage erstmal, die man sich stellt, welchen Zweck erreiche ich damit, was wird denn in der Gesellschaft besser werden. Weil wenn man das vergleicht mit anderen Dingen, andere Menschen lassen sich den ganzen Körper tätowieren oder sich einen kompletten Körpertattoo machen lassen und sehen sich damit nicht gut aus. Und damit erschrecken sie Männer oder im Endeffekt sieht nicht nach etwas Bestimmtes aus oder nach etwas Positives aus. Und das sieht man dann als normal, betrachtet man als Fan oder als interessante Sache oder als Männer als etwas anderes. Und wenn man eine Frau sieht, die verschleiert ist, dann will man das mit Angst und mit Nicht-in-Ordnung und was weiß ich, mit allen Dingen, mit gewissen Dingen in Verbindung bringen. Wobei das eine mit dem, wo das eine mit dem Mann nicht verglichbar sind. Wo die, so ein Tattoo für den ganzen Körper oder wo andere sich die Zähne schleifen lassen, wie Vampire aussehen, sich die Zunge durchspalten und oder überall sich Metall im Gesicht hauen, indem sich überall Piercings hauen. Oder das ganze Gesicht sogar vollpürseln lassen und sich damit verunstalten. Ja, und etwas darstellen, was im Endeffekt gesellschaftlich sowieso nicht in eine vernünftige Gesellschaft reinpasst. Das sieht man dann, darüber redet keiner, davon so ein Verbot spricht keiner. Aber dann kommt man ja mit einem Burka-Verbot oder mit einem Schleier-Verbot. Und es gibt kein vernünftiges Argument dafür. Die Frau entscheidet sich doch selbst dafür. Die Frauen, die es machen, haben sich selbst dafür entschieden. Es hat religiöse Hintergründe. Sie machen das wegen der Religion. Schon aus dem Grund kann man das gar nicht verbieten. Weil das ihre Entscheidung ist in der Religion und ist eine religiöse Sache. Und wie gesagt, für mich ist das im Endeffekt zwecklos und sinnlos. Und deswegen wollte ich die Menschen, die dafür sind, die sagen, wir sind für ein Burka-Verbot, sollen sie mal ein vernünftiges Argument bringen oder überhaupt überlegen, warum sie dafür sind. Ja, weil das ist die Frage, wenn sie sich stellen sollen. Okay, ich bin dafür, weil ich gegen Muslime bin vielleicht oder weil ich Muslime nicht mag oder weil mich das ärgert, dass eine Frau das macht. Dann ist das kein Argument. Dann ist das eigentlich nur Hass, den man in sich hat, wenn man sich trägt. Und man lässt ihn dann eben durch solche Sachen raus. Und deswegen sollte man mit diesen Sachen aufhören. Und wir sollten auf andere Probleme schauen, andere Problematik, die die Gesellschaft hat. Wir haben viele andere Probleme in dieser Gesellschaft, die wir ändern müssen und die wir verändern sollten. Ja, ob das Jugendkriminalität ist, ob das Drogen ist oder ob das andere Dinge sind. Und wirklich an vernünftige Sachen denken. Und das sind die Wörter, die ich euch sagen wollte. Und ich hoffe, dass wir verstehen werden eines Tages. Alles tut gebührt Allah dem Allmächtigen. Und ich möchte auch noch hinzufügen, dass wenn man das Burka oder die Vollverschleierung dann einmal komplett in Betracht zieht, was das dann bringt, wenn man das letztendlich verbietet, dass den Sinn, den man sich dahinter erwünscht, dass man danach in einer besseren Welt lebt, für mich wirklich schwachsinnig ist. Denn man darf nicht verdecken, man darf nicht vergessen, was gerade auf der Welt derzeit auf dieser Erde passiert, auf diesem Planeten, dass Menschen, ja, gerade in den Ländern, in den Ländern der Muslime hingerichtet werden, von Nicht-Muslimen, von Christen, wird das gut gesprochen, dass Zivilisten, ja, ermordet werden, dass Frauen vergewaltigt werden, dass Kinder abgeschlachtet werden. Und das Tag ein, Tag aus, sei es in Irak, sei es in Afghanistan, in diesen Ländern, sei es in Palästina und in anderen Ländern, wo man auch nicht immer von berichtet, wo auch Schändlichkeiten passieren. Und das spricht man dann gut, weil man dann sagt, ja, sie haben irgendwelche Terrorakte vorgehabt und man hat vielleicht keine hundertprozentigen Indizien dafür. Ich will nur sagen, die Wirtschaftskrise, die wird nicht herausgeholt, dadurch, dass eine Frau den Schleier ablegt. Und auch die größte Ölpest aller Zeiten, die wird nicht behoben, dadurch, dass die Frau ihren Schleier ablegt. Und wohin soll das überhaupt führen, wenn die Frau den Schleier ablegt? Was hat man damit vor? Was will man? Man will die Reize der Frau, will man doch dann offen bloßstellen. Man will doch sehen, wie die Frau unten drunter aussieht. Und was kommt danach, wenn man den Schleier verboten hat? Will man danach das Kopftuch verbieten? Will man danach, dass die Frauen ohne Scham und ohne Würde draußen rumlaufen, wie es bisher schon Gang und Gäbe ist? Und dass die Prostitution noch mehr vermehrt wird? Und dass Kinderschänderei noch mehr vermehrt wird? Wie viel haben schon die Pornografie, die Branche, die Branche, wie viel hat die schon an Schaden angerichtet an die Menschheit? Wie viele Festplatten, wie viele Gehirne funktionieren schon aufgrund dieser Filme nicht mehr vernünftig? Und wie viel Perversität ist dadurch schon in den Köpfen der Menschen reingekommen? Sodass man den Anstand einer Frau gar nicht mehr erkennt, wenn sie sich bedeckt aus Scham, weil sie eine ehrfürchtige Frau vor ihrem Herrn ist, vor Gott. Das will man dann als Gefahr darstellen, obwohl es keinen Millimeter irgendjemandem helfen wird, wenn dies verboten wird. Denn wahrlich, man wird nur noch weiter zur Unzucht antreiben. Immer mehr uneheliche Kinder in Deutschland und weltweit, immer mehr Kuckuckskinder, immer mehr wird man dazu aufrufen, unehelich aufzuwachsen und Bastarde in die Welt zu bringen. Das ist kein Problem. Das redet keiner von. Prostitution zu verringern oder dass man Kriminalität verringert, redet keiner von. Aber der Islam, der ist ja immer im Augenmerk und der ist ja immer die Zielscheibe Nummer 1. Der muss ja ans allererste Seite, muss der Islam ja, und die Muslime müssen ja darunter leiden, egal was irgendwo auf der Welt passiert. Ich bitte alle Menschen, die einen Verstand besitzen, die klar denken können, die noch ein bisschen Grips in ihrer Birne haben, dass sie das mal ein bisschen objektiver alles betrachten, damit sie sehen, dass es gar nicht so ist, wie man uns immer darstellt. Und dass es gar keine Gefahr ist, eine Burka zu tragen oder eine Vollverschleierung, wie man das auch immer nennen will. Denn wahrlich, unsere Frauen, das sind nur schamhafte Frauen und sie machen einfach nur aus dem Grund, weil sie ehrfürchtig sind vor Gott. Und wir wollen unsere Frauen in diesem Sinne auch decken und wir werden auch nicht zulassen, dass man uns die Frauen, die Reize offen zur Schau stellt. Wir werden unsere Frauen zur Seite stellen, egal was es auch kostet. Darauf kann man sich auch einstellen. Und ich glaube nicht, dass man das will, denn vielmehr sollten wir uns akzeptieren und respektieren gegenseitig. Wir sagen auch nichts, obwohl uns das nicht passt, wenn die Frauen draußen schamlos rumlaufen und in den Tankstellen die Porno-Bilder schon direkt da vorne an der Kasse liegen, wo kleine Kinder, 5, 6, 7-jährige, 8-jährige Kinder diese Zeitschriften sehen können, wo das Glied des Mannes in die Frau eindringt. Und da sagt kein Mensch etwas. Da macht keiner ein Wort laut. Aber die Burka ist so schlimm. Ich bitte euch, ich appelliere an euren menschlichen Verstand, dass ihr über diese Dinge nachdenkt. Vielen Dank und möge Allah euch recht leiten. Vielen Dank.